hallo leute und herzlich willkommen zu minecraft eine weiteren let's play runde zeug spielen wir jetzt zwischen stone slabs okay das heutige projekt als projekt einfach die heutige mission ist erstens mal essen und zweitens mal holz genau weil wir brauchen ja holz um leider zu bauen und sofern das dach möchte ich jetzt dann möglich mal beenden genau und deswegen gehen wir jetzt hier holz hacken so was denn hier ist ein kleiner baum also ja einfach ein baum richtig asozial so und jetzt einfach bäume abrunden schweißen schützen ziemlich langweilig so jetzt einfach mal aber naja ja ich hätte gesagt das reicht glaube ich fürs erste müssen später dann noch hier durchlaufen wenn dann alles gedroppt ist wir gehen jetzt erstmal so dann gehen wir jetzt mal zurück craften uns holz für die dächer und dann geht's los und zwar möchte ich einfach ein holzdach bauen ganz normal so aber dann den rand mit kurbelstone treppen genau das ist so ein bisschen was anderes ist so so das ist so ich so so ein bisschen aber zuerst schlafen wir mal wir gehen jetzt zum bauernos, habe ich Erde dabei? Nein natürlich nicht weil vielleicht um uns ein bisschen hoch zu bauen oder so könnte das ganz praktisch sein ja so genau und dann let's go was könnten wir noch so machen jetzt dann als Projekt wir könnten halt wir können noch so viel machen halt ich überleg gerade so habe ich denn ja okay normales Hals habe ich auch dabei so und dann würde das ganze dann so ungefähr das wäre aussehen ich glaube das wäre gut aussehen ja ja das wird nicht schlecht aussehen was gut aussehen wird wissen wir nicht aber schlecht wird es auf jeden Fall nicht aussehen ok Leute da ist mal kurz das Spiel abgestürzt ist aber ja nicht weiter schlimm äh wir bauen weiter wir lassen uns dadurch nicht äh entmutigen so so brä ach man naja was habt ihr eigentlich als ich noch klein war so vier Spiele gespielt also jetzt egal auf welche Konsole das würde mich mal wirklich interessieren heh könnt ihr ja mal unten die Kommentare schreiben was ich noch finde oder ich hatte zum Beispiel immer eine Playstation 3 also respektiv mein Vater aber ich äh durfte sie natürlich auch gebrauchen und ja dort drauf habe ich immer Minecraft gespielt eine gel kennt ihr sicher auch noch und Need for Speed und da hatte ich eben vor auch mal vielleicht ein Let's Play zu starten mit Need for Speed fände ich auf jeden Fall gut wenn ihr findet das soll ich machen dann ja lass den Like da und äh dann hat er zum Beispiel meine Großmutter alte das ist so geil ähm die hatten in den Gameboy also noch einen richtig alten da war es Super Mario Land Super Mario Land ja war da glaub ich drauf ähm und äh das war dann wirklich so ein richtiger Gameboy noch und dann die hatte den halt so aufm Klo und dann immer wenn ich aufs Klo gegangen bin hab ich noch eine halbe Stunde gespielt ach das war eine gute Zeit ich hab sie ihm gefragt ob sie ob sie den mir mal schicken könnte also per Post da könnte ich vielleicht auch mal dann so ein Video drüber drehen ja weil ich ich finde es noch so interessant die ganz alten Gameboys auch die neuen Spiele sind zum Teil so geil auch die Switch und sowas ist wirklich das ist fantastisch hm hm ja und als ich mein ich hatte dann warte mal warte mal ich war damals wo wie alt war ich da ich weiß gar nicht mehr als ich meinen ersten Gameboy bekommen habe DS ich glaube 7 war ich da so ein Nintendo DS alter war ich ich war so gehypt äh zu spielen es war es war es war unglaublich meine Großmutter hatte auch immer so eine Wii und dort habe ich auch immer äh Mario Kart gespielt und so Zeugs halt einmal war ich bei meiner Gotte bei der Schwester meiner Mutter ich weiß nicht genau wie man das auf Hochdeutsch auch spricht äh äh was heißt das denn naja egal ähm dort habe ich halt haben wir dann äh Mario Kart 64 gespielt und das war auch das war auch ein Erlebnis Digga aber ich weiß leider nicht mehr was ich habe noch nachgefragt aber bis jetzt noch habe ich noch keine Antwort bekommen ich weiß nicht ob auf der PS oder auch auf dem Wii oder auf einer sonstigen Konsole keine Ahnung ich fände es wirklich immer immer super toll so jetzt sind wir dann mal fertig gut eigentlich noch nicht ganz aber ähm wir gehen jetzt nochmal kurz zurück also dorthin wo wir zuerst ähm dort wo wir zuerst ähm Dings abgebaut haben Räume dort sollten ja jetzt auch noch saplings sein und apples und so ein Zeugs und ich habe gerade gemerkt dass ich vergessen habe äh die Zeit zu messen weil sonst wäre das Video viel zu lang auch mal nicht ich bin doch so ein Idiot aber naja so hier habe ich irgendwie Apples Apples naja vielleicht ist die Folge ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer je nachdem ok da vorne ist so ja aber auch hier hinten ja wir haben doch ziemlich viele Bäume abgebaut hä ich scherke es nicht naja tut mal leid kann ja mal passieren ja wie find also wie steht eigentlich jetzt mit dem Super Mario was seid ihr was seid ihr denn für ein äh typ ich mache hier oben mal so eine Abstimmung seid ihr mehr so xbox ps oder nintendo typ also bei mir ist schwierig zu sagen ob xbox äh ja halt ob ps oder äh ouch nintendo denn ich hatte beides leider könnt ihr hier nur eine Stimme abgeben deswegen ja müsst ihr euch halt entscheiden tut mal leid kann ich jetzt aber auch nix hier ich glaube das sieht dann richtig geil aus äh 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 zack 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 was ich mir halt auch äh vorgenommen habe ist äh äh Asphalt 9 Legends zu äh spielen ich muss aber noch gucken dass das dann auch richtig funktioniert denn irgendwie spackt das ein bisschen also ich kann das irgendwie nicht richtig aufnehmen aber sonst hätte ich noch äh 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 wie heißt Horizon 4 also das könnte man auch noch mal spielen und ich weiß jetzt gar nicht ob das Let's Play schon ist äh ob das Let's Play von ähm äh nein tu ich wieder rein ja geh rein danke jo das war ja mal lucky ähm genau äh was wollte ich sagen ach genau wegen ähm Heroes in Generals ich weiß nicht ob dieses Let's Play jetzt schon die erste Folge draußen ist aber dann möchte ich das so machen das eine Folge Minecraft kommt dann am nächsten Tag wieder oh am nächsten Tag dann wieder ähm Dings Heroes in Generals und dann wieder Minecraft und immer so abwechseln ja ich weiß nicht ob jedes Spiel kennt ist auf jeden Fall ganz lustig also wenn man gerne ballert ein cooles gratis äh Horrorspiel wollte ich sagen ahja cooles gratis Ballerspiel naja das so 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 okay doch es sieht gut aus ich weiß zwar nicht ob warte das nervt so hart dieses gegacker die ganze Zeit ne ich weiß nicht ob ich weiß nicht ob ob ich die unterste reihe denn auch um mit und ist umtreppen machen soll oder nicht die truppen die ganze zeit eier so weil wir müssen auf jeden fall eine riesen bühnerfarm haben jetzt wird es wieder lustig so dann gehen wir nochmal hoch und machen nochmal das zweite Zeug hier fertig ich glaub zwar nee nee das lassen wir so sieht sonst glaub ich noch das Tag hat mich jetzt wirklich nicht so krass überzeugt sie haben schon wieder ein Ei getroppt 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 in Ordnung ich wollte doch nur auf den Zaun gar nicht hoch weil ich hochgegangen bin kommt es nicht hoch es war gerade lustig für mich so zack zack ok gut dann brauchen wir aber trotzdem wir brauchen noch Steintreppen auf ok sicher noch einmal ok wir machen einfach noch einmal Steinstufen und dann noch ein bisschen äh Slabs ich glaube sechs sollten aber reichen ich mache jetzt auch nicht mehr allzu viel Holz Treppen schweiß wir haben zu wenig Hobbits da schweiß wir haben zu wenig Hobbits da schweiß wir haben zu wenig Hobbits da genau und jetzt hier oben nämlich die Stone Snaps ähm ach egal warte mal wieso hab ich denn ich bin so ein Idiot wieso hab ich denn zwölf vom Stone gemacht davon hätte ich nur einen gebraucht dann können die zwei für das boah das war ja dumm alt naja kann ja mal passieren und vor dass wir das zubauen leuchten wir das noch ein bisschen so kann ich dann kann ich damit dann nicht äh Zombies und so drin spawnen und dann einfach die ganze Zeit diese Geräusche machen so wir ein einzigem Dings zu wenig haben das geht's doch nicht aber dafür geht's hier perfekt drauf ok hier brauchen wir ja zack ok und hier brauchen wir ja hier sind wir ja fertig ok doch es sieht es sieht doch geil aus gut dann machen wir uns nochmal Holz Treppen einmal einmal wobei zweimal müssen wir genau so jetzt ist dann die Frage was ist das nächste Projekt was wir anstrengen können anstrengen einfach machen können ok ok zum Glück haben wir noch eine denn die kommt hier hin so und eigentlich soll die jetzt nein ein hoch ja 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 aber drei da kann ich die zwei und jetzt noch eins das sind drei dann dich hoho wir brauchen ja auch essen dann hätte ich dann hätte ich wenn wir hier kann ich noch Wackel anbringen dann was müssen wir noch treten noch einmal einmal zweimal oder eins zwei drei vier fünf sechs ja ok noch zweimal und dann können ja dann haben wir das auch abgeschlossen dann das machen wir noch kurz dann ist halt die Folge ein bisschen länger aber ja ich denke man ist nicht allzu schlimm ja und jetzt haben wir dann auch kein Essen mehr nach und zack ok na gut Leute das war es mit minecraft let's play also diese Folge nicht das ganze Projekt findet schon noch statt ja dann bis zum nächsten Mal tschu bis zum nächsten Mal 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 Oh, 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 oh.